Das Virus sind wir. Das eigentliche Virus, die eigentliche Krankheit, das ist der Mensch. Also über diesen Part würde ich jetzt keine Vocals legen. Es ist einfach geil, wenn der so kommt, so brachial. Ich fände es irgendwie geil, wenn der noch ruhig ist, als wenn du sagst, das Virus sind wir. Das nochmal lieber so ein bisschen tief und dann kommt nämlich der Drop umso krasser. Chorus-Part, dann schreibst du einmal, das Virus sind wir, dass wir das richtig fett machen dafür. Das kommt geil. Die Corona-Virus werden wir überstehen. Die Menschheit wird darüber hinweg kommen. Die Frage ist doch, ob die Welt die Menschheit übersteht. Fuck. Nichts ist mehr sicher. Vermummte Gesichter. Bleibt hinter der Linie. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine Sieger. Das tödliche Fieber. Und klar macht man sich Gedanken, in so düsteren Zeiten, was man beitragen kann. Und unser Beitrag ist eben die Musik. Unser Beitrag ist der Versuch, andere Leute auch zum Denken anzuregen. Das Virus sind wir.